Wir spielen Resident Evil 4, meine lieben, weiter geht's mit Ashley. Oh nein, ey, wir müssen Ashley spielen. Wer will denn das? Keiner. Ich wünschte, Ashley wäre Ada. Das wäre viel besser. Achso, das war das Ding. Das kriegen wir noch nicht hin, glaube ich, weil uns der Tipp fehlt. Aber ist nicht so schlimm. So, Ashley, dann hol mal eine Waffe raus. Ach ja, du hast ja gar keine vergessen. Äh, wollen wir lesen? Wollen wir nicht. Wir gucken uns erstmal um. Die hat ja hier gar nichts. Sie ist nichts und sie hat nichts. Wo sind wir denn da? Verschlossener Schatz. Ja, Vertiefung, das haben wir... Wir gehen einfach ganz schnell zum Hebel. Ach, wir kommen gar nicht ran, oder was? Alles klar. Gut zu wissen, Ashley. Danke für die Hilfe. Okay, wir gehen mal hier lang. Oh mein Gott, das ist ja ein schwarzes Nicht. Wir gehen da lang doch nicht. Wir gehen links lang. Hallo, links lang. Guckt mal, das... Oh mein Gott, hier ist voll viel Blut, Ashley. Brück dich mal, hier ist voll viel Blut auf dem Boden. Du hast keine Waffe. Hast du ein Messer? Auch nicht. Ist ja nicht mal ein Messer. Und das hier zum Beispiel, guckt mal, das könnte Leon, ähm, ja, äh, voll kaputt machen. Sie aber nicht. Okay, langsam, Ashley. Ashley, langsam. Was haben wir hier hinter? Oh, will ich haben? Ja, wir haben ja einen Schlüssel. Ähm, wahrscheinlich der hier, ne? Nein? Okay, der hier? Ja, Ashley. Wow, einen Schlüssel kannst du benutzen, ja? So, den nehmen wir gerne mit. Und dann müssen wir mal hier gucken. Oh mein Gott. Hier ist so viel Blut. Wo ist die dazugehörige Leiche? Ashley? Pass auf. Was haben wir denn hier? Oh, zuhört. 11.04. Hast dich geschriebene Notiz. Achso, ja gut, das war's schon. Na gut, wissen wir Bescheid. Oh, oh, wartet mal, wartet mal. Hier ist eine Uhr. Wir müssen 11.04 eingeben, oder? Das war der Tipp, wo ich die ganze Zeit gewartet habe und gesucht habe. Oh mein Gott, echt, hier ist ein Dummdumm. Äh, 11.04 war das jetzt? Ich glaube, 11.04, ne? Boah, wäre das hilfreich, wenn ich jetzt noch so eine Uhr könnte. Warte mal, das ist 9 Uhr. 10 Uhr. 11. 11 Uhr, wartet mal. Eine Minute, zweite Minute, dritte Minute, vierte Minute. Oh. Oh mein Gott. Hört ihr die Glocke läuten? Ich glaube, wir... Oh. Ich glaube, wir haben es geschafft. Stimmt, Ashley. Irgendwo haben wir nochmal so eine Uhr gesehen. Aber wo war das? Ashley, hör auf, immer Dinge zu sagen. Die, wo ich direkt vorstehe. Brauchst du mir nicht dann sagen. Kommen wir hier wieder runter? Ne, okay. Okay, mein Lieben, wir lesen erstmal die Zettel, damit wir, ähm, falls wir eine Information verpassen. Notiz eines Bibliothekars. Die Insignie. Um diesem gottverfluchten Ort zu entkommen, brauche ich die Insignie der Familie Salazar. Doch um sie zu holen, muss ich ins unterirdische Mausoleum. Dorthin, wo die scheußlichen Rüstungen warten. Ähm, was heißt denn dieses Insignie? Was heißt das? Ich bin wirklich dumm. Ich weiß es nicht. Und, ähm, Salazar, ich bin jetzt auch wieder dabei. Sehr schön. Oh, gnädiger Gott. Lass dein gerechtes Urteil über den gottlosen Thronräuber das wahnsinnige Monster walten, das Ramon Salazar ist. Und möge dein gesegnetes blaues Licht deinem ewigen Treue dienen Schutz gewähren. Na, lange Rede, gar keinen Sinn mal wieder. Irgendwas mit dem blauen Licht haben wir auch schon geschafft hier irgendwann mal. Langes her, lang, langes her. Okay, Ashley, dann wollen wir, wir müssen. Wir wollen nicht, wir müssen. Sag mal so, hätten wir Leon jetzt hier, dann würden wir wollen. Aber in dem Fall müssen wir. Okay, hier knistert was und das Spiel speichert. Hallo? Hallo? Hier sind die Fenster anscheinend offen. Hier zieht's. Kann man hier mal die Fenster zu machen hier? Ich heiz nicht für draußen, ja? Ach, gemeine Güte. Was soll ich denn jetzt mit Ashley machen, weil sie hat ja gar nichts. Weiß das jemand von euch? Einfach wieder die Treppe hoch oder rennen wir jetzt ein bisschen hier im Kreis oder was passiert jetzt? Wir lassen den mal erstmal kommen und dann gucken wir mal, ob wir den irgendwie... Kommt der nicht? Okay. Er kommt anscheinend nicht. Wir müssen ihn mal irgendwie, ähm, komm mal hier lang. Wie, der ist jetzt wieder da unten. Okay, dann warten wir jetzt mal kurz hier oben auf ihn und dann versuchen wir ihn da, um so zu laufen, dass wir so mal rumkommen. Komm, 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 komm. Okay, er ist eingefroren. Oh, 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 okay. Was, was passiert? Was ist da jetzt passiert? Hat es jemand mitbekommen? Hat keiner gesehen, oder? Warum ist denn das jetzt passiert? Hat sie das blaue Licht in der Hand? Oder war das jetzt wegen dem blauen Licht an der Wand? Ich stehe, hast du da ein blaues Licht in der Hand? Kann ich das mal kurz... Das sieht mir nicht eigentlich wie ein blaues Licht aus, aber... Gleich nochmal. Ich will mal gucken, was... Hält der an? Alles klar, okay. Er hält an. Dann schaffen wir es so hier. Ja, keine Panik, Ashley. Oh, das ist natürlich schlecht. Das... Da reicht die Zeit nicht für aus. Wir müssen ihn ein bisschen hochholen. Wir müssen ihn ein wenig hochholen, damit ich da unten genug Zeit habe, wisst ihr? So, mein guter. Passe ich hier jetzt noch durch mit der Ashley? Ashley, quetsch dich mal dazwischen. Kriegst du das hin? Okay, super. Hier, ich leuchte ihn immer noch an. Leuchte, leuchte, leuchte. Ich bin der helle Leuchte. Okay, Ashley. Oh, mein Gott. Okay, schnell, Ashley. Ashley, Ashley, Ashley. Oh, das dauert zu lange. Das dauert zu lange, Ashley. Ashley, dreh dich um. Mach das Licht. Ich habe Angst. Mach die Tür wieder zu, Ashley. Oh, mein Gott. Ich bin hier überall. Okay, der ist versteinert und er auch. Was macht der rechts hier neben uns? Das ist ja jetzt natürlich doof. Ich kann mich ja gar nicht frei bewegen, so. Ich mag die Passage nicht mit... Nein, nein, nein. Die Passage mag ich ja gar nicht. Warum bin ich hier? Warum bin ich hier, Leute? Oh, mein Gott. Sackgasse, Sackgasse. Halt das Licht, Ashley. Halt, stopp. Halt, stopp, sage ich. Super, mein Herr. Oh, mein Gott. Ashley. 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 Tu, was man dir sagt und nicht, was du willst. Ist das jetzt da? Der Raum, wo wir schon mal waren, oder? Oder? Ich blick gar nicht durch. Tut mir leid, Leute. Ich blick gar nicht durch. Hier waren wir doch schon. Warum sind wir wieder hier? Hört ihr die angerannt kommen? Die rennen ja richtig schnell. Die Brüder machen, Leute. Boah, sind das gruselige Geräusche, Resident Evil da? Da hinten rennen sie. Okay. Ich weiß nicht, was meine Mission hier mit echt ist. Was machen wir überhaupt? Irgendeine Hebel sollten wir doch drücken, oder? Haben wir keinen Schlüssel dafür? Haben wir noch nicht. Wir sind also hier wieder, ja? Das habe ich verstanden. Aber warum sind wir wieder hier? Ich kann mich nicht so gut konzentrieren, wenn mir hinterher gerannt wird. Das ist halt das Problem. Ich bin dann so panisch, versteht ihr? Oh, man hört die ja schon von... Oh, man hört die ja voll. Ich kriege voll Paranoia bei sowas. Ich kann mit sowas nicht umgehen. Ich wusste jetzt aber auch wirklich nicht, warum wir wieder hier sind. War hier irgendwo die Uhr, oder was? Oh, ich muss mich voll konzentrieren, solche Leute. Diese Geräuschkulisse ist der Wahnsinn. Oh mein Gott. Habe ich? Habe ich. Okay. Warum bin ich hier? Soll ich hier reingehen, oder was? Oder komme ich von hier jetzt? Sind wir richtig? Oh nein. Keine Ahnung, wo wir jetzt schon wieder sind. Ah, hier ist die andere Tür. Okay. Oh. Ist das aufregend, ey. Zu viele Geräusche, gruselige Geräusche. Okay, 10 vor 4. Nee, 10 nach 4. Nee, warte mal. 11 vor 4. Meine Güte. Okay, haben wir? Wo geht was auf? Oh, okay. Ich frage es, haben wir irgendwas hier übersehen? Außer da kommen wir ja eh nicht rein. Da brauchen wir nicht. Schwierig. Wir machen einfach weiter. Wir ziehen einfach weiter durch. Weil, ähm, mit Ashley ist zurück keine Alternative. Wir ziehen durch. Ach, seid ehrlich. Die Gute kann nichts. Sie will auch gar nichts. Sie will nicht. Sie ist einfach nur dafür da, damit, ähm, Leon sie beschützen muss. Apropos Leon. Ich vermisse ihn. Und seine Muskeln vermisse ich auch. Das könnte er auch kaputt haben wahrscheinlich. Aber Ashley, die kann sowas alles nicht. Wo sind wir hier überhaupt? Wir sind hier irgendwie in einem Lager. Ist das ein Lager oder ist das so ein Durchgangsflur? Weiß ich auch nicht. Ashley, du hast so viele Schlüssel. Warum können wir jetzt nichts aufschließen damit? Okay, hier ist anscheinend nothing, nada, niente. Drück mal den Knöpfchen hier. Ashley, kriegst du das hin? Oh, oh mein Gott. Was ist hier los? Ich habe gerade meine Haare gemacht. Ashley, rein da mit dir. Rein, 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 rein. Drück den Knopf, drück den Knopf. Ich leuchte euch an. Ich leuchte euch an. Ihr könnt mir gar nichts. Ja, Ashley, du tust du? Ich will nie mehr eine Rüstung sehen. Die, die tut so halt... Huch, andere Seite. Als wäre es jetzt knapp gewesen. Oh, hier sind ja noch mehr Rüstungen. Oh no. Das sind viele Rüstungen hier. Ich will mit euch gar nichts zu tun haben. Warum speichert... Warum speichert das Spiel ab? Das gefällt mir gar nicht. Oh, guck mal. Das können wir alles so schön kaputt machen. Boah, das sind sehr viele Rüstungen. Das machen wir mal jetzt lieber noch nicht. Ich muss mich erst mal umgucken hier, richtig. Und erst, wenn ich mich umgeguckt habe, richtig, werde ich da irgendwas ziehen. So, aber was soll man schon mit Ashley finden, ne? Eigentlich gar nichts. Eine Waffe war schon ja unwahrscheinlich, dass man die findet mit Ashley. Oder Ashley. Hm, okay. Dann wollen wir mal die Schnürchen ziehen, ne? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier mit Leon nochmal vorbeikommen, weil, ähm... Ich wäre ja traurig, wenn wir das alles liegen lassen würden. So, ziehen wir hier dran. Super. Oh, oh, ach so. Ich will nicht mehr. Ashley, ich will auch nicht mehr, aber ich muss... Wo ist denn hier die Schnur? Da? Oh, Ashley, rennen! Wow, war das knapp. Wow, war das knapp, meine Guten? Ich ziehe, ich ziehe und renn, 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 renn zur Tür. Renn zur Tür! Yala, Ashley, was tust du da? Fall zu Tür, fall zu! Warte, hier ist ein blaues Licht. Die werden hier nicht hinkommen, oder? Okay. Sehr gut. Gut, wir sind sicher. Sofern wir hier... Ja, okay, wir sind hier sicher. Was ist hier los jetzt auf einmal? Das ist eine goldene Rüstung. Kann ich dein Schwert haben? Die sieht aber cool aus. Aber seht ihr das Rote da drinnen? Da ist ein Virus drinnen, oder? Ja, 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 auf jeden Fall. Gegen die müssen wir auch noch kämpfen. Da freue ich mich aber jetzt schon drauf. Wow, toll, Ashley, was du mir hier antust. Oh, no, no, no. Ich will das nicht. Das Spiel speichert schon. Ja, ja, guck mal, da ist auch so was Rotes drinnen. Köpfe. Warum sind wir hier, Ashley? Ich vermisse Leon, Ashley. Oh, no, wir müssen die Lampen nehmen. Und was müssen wir denn mit den Lampen machen? Wir müssen hier eine raufstellen. Das will ich aber ungern tun. Und dann geht das auf wahrscheinlich. Okay. Oh, Mann, die werden hier alle leben. Die werden gleich alle leben. Ähm, ähm, hallo, könntest du da mal, könntest du da mal hier, äh, das Türchen aufmachen? Oder, oder habe ich was falsch gemacht? Du meinst hier irgendwie irgendwas, was mir sagt, wie ich das einsortieren soll? Alles klar, verstehe. Okay, kannst du das auch gleich mal kurz in die Hand nehmen? Perfekt, das nehme ich richtig so. So, und dann, ähm, kannst du mir das andere da nochmal zeigen? Ja, okay. Erstmal komplett alles falsch gemacht. Aber wir, ähm, sind Profis. Wir kriegen alles hin. Und jetzt muss man sich richtig beeilen, er schlägt. Oh, geht's da auf? Hab ich nicht gewusst. Wo geht's? Wo komm ich rein? Kann ich jetzt mir eine Lampe wieder nehmen, bevor die hier alle, ähm, nee, natürlich nicht. Warum auch, warum auch? Ich will gar keine, gar keine Lampe. Ah, okay, das ist jetzt dieses Insink, äh, der Familie Salazar. Was hast du gedacht, Ashley? Kriege ich meine Lampe nicht mehr? Nee, ausgeschlossen. Okay, äh, ich glaube, wir müssen einfach nur rennen, Ashley, rennen einfach. Oh, no, 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 no. Okay, ich fühl mich hier eigentlich relativ sicher. Wofür soll ich hocken? Ah, alles klar, ich soll da durchkriechen, oder was? Das haben die ja cool gemacht. Will ich aber gar nicht, glaub ich. Und die kommen jetzt nicht hinterher? Nee. Oh, yeah, da hab ich Bock drauf. Oh, oh, oh. Hey, seid galant und haltet still, ja? Äh, ich glaub, wir haben ein anderes Problem. Kann ich denn Po sehen? Nee, leider nicht. Ist natürlich wieder vergeblich hier mit dir, ne? Ich glaub, die Jill hat... Ja. Oh, 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 oh. Boah, ich fühl mich wirklich sicherer mit einer Waffe in der Hand, ey. Ich will eine Waffe haben, gib mir eine Waffe. Oh, andere Seite schon wieder. Ich will da voll verwirrt. Oh, da waren ja auch welche. Was wollen wir überhaupt mit dem Ding machen? Okay, Erschle, mit dir geht einfach nur rennen. Renn, renn. Oh, no, oh, no. Komm mal hier in die Ecke, Erschle. Komm mal hier in die Ecke. So, wo lang geht er? Okay, und weg da, weg da, weg da. Oh mein Gott, ich bin gut. Hallo, ich bin ein Profi. So, schnell, 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 Erschle. Wir haben hier gar keine Zeit für dich und deine, äh, Frauenkram. Äh, reicht die blaue? Nee, nee. Oh mein Gott, nein. Nein, da war doch eine blaue Fackel an der Wand, Alter. Wie ist so? Ich mach dich nochmal von vorne. Kannst du vergessen, Erschle. Erschle, ich werde das nicht von vorne machen mit dir. Hast du Glück gehabt? Okay, wir wissen auf jeden Fall, dass dieses Licht da oben nichts bringt. Kannst du mal runterkommen wieder? Oh, willkommen. Die sind aber auch richtig schnell, die Fliecher, wa? So, machen wir mal wie eben. Wir täuschen links an. Und rennen dann rechts. Oh, krass. Wir sind so krass drauf, kann man nicht anders sagen. So, Erschle, und jetzt renn mal einfach weiter, bitte, ja? Nicht testen, ob da irgendein Licht ausreicht oder so. Kannst du, äh, rennen? Müssen wir hier raus? Müssen wir hier raus? Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich renne einfach nur noch. Warte mal, ich guck mal kurz einmal auf die Karte. Okay, wir rennen richtig anscheinend, wie wir auch immer das hinbekommen haben. Oh, no. Okay, hab ich. Ist das laut? Ist das laut? Ist das laut? Wolland muss ich? Oh mein Gott, ich bin falsch gelaufen. Oh mein Gott, ich bin falsch gelaufen. Erschle, runter. Oh, komm, die hier wieder raus. Ja, die kommen hier raus. Okay, 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 warte. Erschle ist aus Versehen falsch gelaufen. Sorry, Leute. Wir müssen hier irgendwie lang. Oh, nein, 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 nein. Ach, Erschle, du. Okay, einmal noch Erschle, weil sonst, ähm... Oh Gott, Erschle. Wartet mal, wir müssen anders laufen. Links, geradeaus, geradeaus. Und dann da einfach durch. Warum haben wir das denn nicht gemacht? Die Jute Erschle hier. Komm jetzt, komm hier. Machen wir jetzt hier hinne. Komm. Die kann auch kreischen. Kreischen kann sie. Oh Gott, Erschle, nimm mal dein Gesicht aus der Kamera. Ist ja gruselig hier. So, links antäuschen. Und rechts rennen. Okay, haben wir. Erschle, mach mal. Jalla. Okay, warte, 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 warte. Konzentration. Geradeaus weiter. Na, ist natürlich doof, dass da genau einer steht, warte. Boah, wie haben wir das hinbekommen? Und es ist zu dunkel. Ich sehe nichts. Hier muss irgendwie die Tür sein. Boah, boah, ich sehe nichts. Es ist so dunkel. Wo ist denn dein Licht? Herzlich willkommen im Horrorspiel. Es ist so dunkel, dass man nur Schatten sieht. Ich laufe halt voll jetzt ins Nichts. Ich sehe nichts. Und so dunkel hier. Kurz Karte gucken, wo lang wir müssen. Boah, mein Puls auf 2000 Millionen. Geradeaus und rechts. Das ist die Tür, wo ich durchfühle, ja. Mach auf das Ding, Ashley. Was? Ashley? Ich bin mir ganz sicher, dass du das auch kriegst. Hä, Ashley? Die Tür kriegt sich doch auf, oder nicht? Da bin ich jetzt so, äh, überfragt. Was ist unsere Mission hier? Ey, Ashley, du kannst mir doch nicht sagen, dass du die Tür da nicht aufblickst. Und kann hier mal irgendwie Licht sein? Warum ist die Tür jetzt weiß? Wo ist denn hier ein Inhaltsverzeichnis? Kartenlegende. Ja, genau, die will ich haben. Ey, gib mir mal die Kartenlegende. Kartenlegende? Was ist denn das da für ein Knopf, den ich da drücken soll für die Kartenlegende? Hm, keine Ahnung. Die Frage ist, warum... Okay, ich weiß, wo wir langen müssen. Oh no. Meinen dir das ernst, dass wir hier hinten langen müssen und jetzt alles wieder zurücklaufen muss, Ashley? Du hast die Gefahren jetzt schon gemerkt, oder Ashley? Oder habe ich die nur mitbekommen? Hier war einer, ne? Ich muss erst mal gucken, wo lang... Ach, ist das jetzt ätzend hier, Ashley. Rennen einfach. Komm, wir rennen. Warte, warte, warte. Geradeaus und dann... Da kommt ein Regal, dann dadurch und dann dadurch. Okay, warte mal. Links, rechts, links. Kriegen wir hin. Links. Rechts. Links. Haben wir geschafft, oh mein Gott. Und der hat geradezu geschlagen. So, okay, und jetzt? Erstmal durch. Renn, Ashley, renn, 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 renn. Okay, wartet. Boah, das wird kompliziert. Okay, bis hinten hin, den Weg kenne ich. Bis hinten hin. Tak, 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 tak. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Oh, links lang. Rechts lang. Links lang. Rechts lang. Und wir sind oben. Okay, oh mein Gott. Wie haben wir das so schnell hinbekommen? Oh, no. Hä, bin ich jetzt, äh... Ich finde den Weg nicht, Leute. Ich finde den Weg nicht. Bin ich falsch? Ich bin schon wieder falsch. Okay, Leute. Ich bin, ähm, mal wieder falsch gelaufen. Wir müssen da lang. Hier müssen wir lang. Das wusste ich natürlich. Und deswegen rennen wir jetzt da auch hin. Oh, no. Oh, die kommen hier hoch? Das ist natürlich jetzt problematisch. Das werden wir nicht hinkriegen. Echt, denn warum bist du vorher jetzt fünfmal falsch gelaufen? Das ist natürlich... Kannst du hier runterspringen? Hier ist nichts mit links rennen und rechts antäuschen. Wow! Hat er ihn gehauen? Er hat ihn gehauen. Oh mein Gott, ich hab... Er hat ihn geschlagen, sein Kumpel. Okay, Echi, rennen, 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 rennen. Wir haben gar keine Zeit. Irgendwo muss hier eine Tür sein. Okay, haben wir. Oh, danke, Echi, dass du mir Bescheid sagst, wo lang es geht, ne? Und dass wir es fast geschafft haben. Halt, stopp. Wie geht es weiter? Okay. Hier muss das Ding rein. Ja, voila! Okay. Okay, haben wir das jetzt so? Das machen wir schon. Das heben wir uns für die nächste Folge auf, oder? Weil hier, guck mal... Kommt da jemand jetzt hier noch? Weil ich hab... Irgendwie... Kann ich mich noch gar nicht nehmen. Okay, okay, wir haben Ruhe. Auch wenn die Spiel... Äh, der Melodie im Spiel das nicht glauben mag. Wir haben jetzt erstmal kurz Ruhe. Hier haben wir auch alles. Okay. Diesen Spaß heben wir uns für die nächste Folge auf. Ich geh jetzt einfach abspeichern. Und ihr, meine Lieben, klickt aufs nächste Video. Habt Spaß dabei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.